Hier ist mein Beweis! Situation? Hier stelle ich die Forderungen. Oder wissen Sie etwa, wie man hiermit entschärft? Ja, weißt du schon, mir halten heute die Leute viel verrückt, weil ich so eng mit meinem Ruhm zusammenlebe. Aber die Tiere sind mir halt wichtig. Wie hast du das erzählt? Keinem. Ja, dann werden wir gleich mal die Viktoria fragen, ob du dabei warst. Klaro, wacht, wacht! Ich war bei ihr, Sackkerl! Das hat bereits begonnen. Mh, mh. Mhm. 10. 19.